Für mich war es kreativ beflügelnd, mit jemandem Neuem im Studio auch zusammenzuarbeiten. Eine Hürde war erstmal alte Umfsongs darzubieten, die nächste Hürde in Anführungsstrichen war dann an diesen neuen Songs zu arbeiten, um zu gucken, ob es auch eine gewisse Magie im Studio gibt, ob wir kreativ zusammen funktionieren. Und das war beeindruckend, welche Magie wir da in den ersten Stunden schon miteinander verspürt haben. Also viele Ideen davon sind jetzt eins zu eins auf dem Album gelandet, weil es einfach schon so gut passte. Wenn diese Magie immer da war. Ich denke, gerade bei diesem Release waren wir das erste Mal wieder so richtig aufgeregt, weil es wahrscheinlich auch der wichtigste Release, die wichtigste Veröffnung in unserer Karriere, vielleicht vom ersten Album mal abgesehen. Weil wir haben einen neuen Sänger, einen grandiosen Sänger, der Schulz, und wir sind froh, ihn mit dabei zu haben. Deswegen sind wir natürlich besonders aufgeregt, wie die neue Platte aufgenommen wird bei unseren Fans. Wir sehen unser 14. Album Richter und Henker eigentlich als konsequente Weiterentwicklung und Fortführung unseres letzten Albums Ritual, was ja sehr erfolgreich war. Das war immer noch Platz 1 in Deutschland. Von daher war es für uns die größte Änderung, die wir machen wollten, den neuen Sänger von uns, der Schulz, zu integrieren und fortzustellen. Aber den Weg, den wir da gegangen sind, mit einer normalen Entwicklung, die wir eigentlich immer auf unserem Album haben, vom Album zu Album, fortzuführen. Ja, wir haben natürlich, nachdem klar war, dass wir die Band so nicht fortführen werden, sehr, sehr früh die Entscheidung getroffen, um weiterzuführen und das Lebenswerk, um weiterzuführen. Und haben uns dann aktiv auf die Suche nach einem neuen Sänger gemacht. Der erste, den wir angesprochen hatten, war damals der Schulz und ihn zu uns eingeladen und haben Gespräche mit ihm geführt, gefragt, ob er sich das vorstellen kann. Und er hatte sich das vorstellen können. Somit hatten wir dann auf jeden Fall schon mal Daniel kennengelernt, natürlich aber auch schon 2016 kannten. Von 2016 kannten wir ihn auch schon. Wir haben mit ihm zusammen auch schon mal eine Tour gemacht, wo er mit uns auf dem Vorprogramm war, auf der Tour 2016. Und dann ist es aber trotzdem so gewesen, dass wir immer noch Sänger angesprochen, auch ausprobiert haben, weil wir selber immer das Gefühl haben mussten, dass wir alles probiert haben und alles versucht haben, das wirklich Perfekte zu finden. Aber zum Schluss sind wir bei Daniel geblieben. Ich für mich persönlich habe irgendwann gemerkt, dass ich alle Sänger, die wir eingeladen haben, in diesen Pitch immer angefangen habe, mit Daniel zu vergleichen. Und da wurde mir irgendwann klar, dass Daniel der Richtige ist. Und so ist dann auch die Wahl getroffen worden. Also die Verfahrensweise, wie wir Songs schreiben und wie wir dann vor allem die Songs ausproduzieren im Studio, hat sich eigentlich nicht geändert. Aber natürlich ist der Schulz auch ein versierter Songschreiber, der jahrelang für seine andere Band Unzucht und für sein Solo-Projekt Songs schreibt. Und er hat auch seinen eigenen Stil und einen Einfluss, den er mit reinbringt. Das habe ich aber immer wie einen frischen Wind empfunden. Also für mich war es kreativ beflügelnd, mit jemandem Neuem im Studio auch zusammenzuarbeiten. Aber die Arbeitsweise war eigentlich so wie in der Vergangenheit auch. Also wir, Köpp und ich, schreiben ständig Songs. Wir hatten auch schon fünf, sechs Demosongs, nahezu vorspielbar sozusagen, als wir der Schulz das erste Mal im Studio eingeladen hatten und da gab es dann eine Hürde war, erst mal alte Umfsongs darzubieten. Die nächste Hürde, in Anführungsstrichen, war dann, an diesen neuen Songs zu arbeiten, um zu gucken, ob es auch eine gewisse Magie im Studio gibt, ob wir kreativ zusammen funktionieren. Und das war beeindruckend, welche Magie wir da in den ersten Stunden schon miteinander verspürt haben. Also viele Ideen, die der Schulz entwickelt hat, Gesangsmelodien, Texte, das ist so das Hauptding, wofür Köpp und ich einen Sänger benötigen. Viele Ideen davon sind jetzt eins zu eins auf dem Album gelandet, weil es einfach schon so gut passte, wenn diese Magie immer da war. Das waren so fünf, sechs Nummern schon, wo dann Sachen tatsächlich stehen geblieben sind. Also, für Flux und mich war es eigentlich nie die Frage, ob wir weiter Musik machen wollen. Wir wollten immer weiter Musik machen, waren auch immer oder hatten immer das Verständnis auch einfach, dass das, was wir da machen werden, funktionieren wird. Insofern die Frage, ob wir keine Musik mehr machen, die stand nie im Raum. Die Frage war halt nur, unter welchen Namen wir es vielleicht machen. Das wäre eine Frage gewesen, die im Raum gestanden hat. Aber, dass wir irgendwann mal darüber nachgedacht haben, dass wir aufhören oder aufgeben, das war definitiv nie spurgreif bei uns. Und auch die Frage des Namens. Natürlich denkt man kurz darüber nach, wie geht es jetzt mit UMPF weiter. Aber es ist ein Lebenswerk, was wir uns aufgebaut haben über 30 Jahre, was sehr erfolgreich war, was der Mittelpunkt in unserem Leben ist und was auch hoffentlich weiterhin erfolgreich sein wird. Und warum sollen wir das sterben lassen, wenn man die Möglichkeit hat, weiterzumachen? Und Köpp und ich wollten immer weitermachen. Nur weil ein Bandmitglied ausscheidet, heißt es ja nicht, dass alles beendet sein muss. Ganz im Gegenteil. Also zwei Bandmitglieder sind noch da und die haben noch genug Ideen und Kraft und Power weiterzumachen. Und das Schöne war, als wir angefangen haben, mit der Schulz am Album zu arbeiten, hatten wir nie das Gefühl, das ist fremd. Nee, das war immer sofort wie die Arbeit am nächsten UMPF-Album. Und man hatte nie das Gefühl, man arbeitet für irgendwie ein anderes Projekt. Von daher stellte sich auch nicht die Frage eines anderen Namens. Es fühlte sich einfach genauso an, es ist UMPF. Und das waren auch die ersten Reaktionen, wenn man das Freunden, Bekannten vorgespielt hat. Hey, hör doch mal rein, das sind jetzt hier so die ersten Versuche mit Daniel, wie findest du das? Die Reaktionen waren immer so, ja, das klingt wie UMPF. Das ist einfach, ihr macht weiter, alles klar. Ganz zu schweigen davon haben wir einen extrem großen Rückenwind auch die ganze Zeit gehabt. Von der Plattenfirma, die sofort gesagt hat, wir machen mit euch beiden alleine weiter. So wie auch von unserem Booking-Unternehmen, was nicht eine Sekunde daran gezweifelt hat, dass sie aufhören mit ihrer Arbeit. So wie auch von Fans, die früh schon Rückenwind bekommen haben. Von Freunden, von der Familie. Da war keiner, der gesagt hat, alles klar, jetzt ist vorbei, ihr hört jetzt mal auf oder so. Ganz im Gegenteil. Also da war immer Wind unter den Flügeln für uns da. Das war die ja verblüffend, also wie geduldig die meisten UMPF-Fans da waren. Die haben den beiden das Vertrauen, also es stand ja wirklich teilweise irgendwie, ihr flugstrap, ihr macht das schon, wir vertrauen euch, dass ihr da mit einem guten Sänger wieder um die Ecke kommt. Und das war schon beeindruckend. Das hat man dann ja auch gemerkt, dass ich bekannt gegeben wurde. Wo ich natürlich so fünf Minuten vorher da vor dem Mac saß und dachte, alter, gleich bist du so prügelt irgendwie. Und dann war das so positiv, die Reaktion der Leute, das war echt krass. Und deswegen war das schon ziemlich abgefahren, also wie die Leute reagiert haben, echt groß. Insgesamt glaube ich sehr positiv. Also natürlich gibt es kritische Stimmen, das ist auch ganz normal. Das verstehe ich auch, weil, ich meine, ein Sängerwechsel ist einfach ein großes Ding. Das Extremste, was eine Band passieren kann beim Besetzungswechseln. Und dafür finde ich das aber unfassbar positiv. Und dass da noch Leute sich erst mal dran gewöhnen müssen oder vielleicht sich auch nie dran gewöhnen, das kann ich alles verstehen. Und insgesamt sind doch, denke ich, weit über 80, 90 Prozent fast nur positive Reaktionen. Und das ist wirklich verblüffend. Und das Album jetzt, was ich bis jetzt gelesen habe, fände ich die meisten auch wirklich sehr gut. Also wir haben auch damit gerechnet, dass wir bei Weitem mehr Prübel beziehen werden, was dann glücklicherweise ausgeblieben ist. Was aber auch für uns, klar, wir haben Angst davor gehabt, das Announcement rauszugeben und jetzt wirklich dann gut dabei, die Fische zu machen. Auf der anderen Seite hat das unsere Arbeit eigentlich nicht beeinflusst. Wir selber haben natürlich immer daran geglaubt, dass das, was wir da bauen, gerade eine große und tolle Sache ist und wir auch sehr, sehr gut zu dritt zusammen harmonieren. Aber natürlich haben wir Schiss gehabt, dass wir Prübel bekommen. Und die ist glücklicherweise ausgeblieben. Also, Dankeschön. Ja, Wahnsinn. Echt Respekt. Es wird wahrscheinlich auch eine Art Gewöhnungseffekt stattfinden. Und natürlich ist es neu, wenn die Fans nach vier Jahren, fünf Jahren das erste Mal einen neuen Song von UMF hören und da singt jemand Neues. Ich kann nur von mir selber sprechen. Wir haben ja anderthalb Jahre an dem Album gearbeitet. Für mich ist das so natürlich, die Stimme von Daniel auf einem UMF-Song zu hören, als wäre das schon immer so gewesen. Von daher können wir die Reaktionen verstehen. Auf der anderen Seite haben wir auch in der Vergangenheit öfter schon Sachen bei UMF verändert. Sei es von der musikalischen Ausrichtung, erstes Album sehr elektronisch, dann mit Harpe-Gitarren und so weiter. Als aber auch vom Imagewechsel 2012 bei der Wahnsinns fette Beute, als es auf einmal ein bisschen lustiger, ironischer wurde. Von daher, UMF-Fans sind eh offen für Veränderung. Sonst wären sie keine UMF-Fans mehr. Und da war ich also guter Dinge, dass auch selbst ein Wechsel des Frontmanns gut aufgenommen wird. Oder zumindest erst mal offen damit umgegangen wird. Ich höre es mir mal an und urteile dann. Und die Chance wurde uns gegeben und dafür sind wir auch sehr dankbar von allen Seiten. Wie ich habe es schon erzählt, von unseren Partnern und so weiter. Vertrauen geschenkt, ihr macht das schon und ich gebe euch eine Chance. Ich höre mir das mal an. Es hätte ja auch ganz anders sein können, dass alle sagen, oh nee, ihr begabt das Ganze mal. Aber so war es. Und viele sagen jetzt natürlich noch, Album gefällt mir. Mal gucken dann jetzt natürlich, wie die alten Songs mit seiner Stimme kommen. Und ja, da freue ich mich aber auch tierisch drauf, also die alten Songs zu singen. Das muss ich echt sagen. Ganz sehr bald. Bald ist die Tour im November. Im November, genau. Geht es endlich aus. Zweite November geht es los in Hannover. Habe ich nicht so bald zum ersten Auftritt. Das ist klar. Nee, eigentlich gar nicht. Ich komme ja eigentlich aus einer Ecke auf. Also bei Unzucht arbeiten wir ähnlich mit Texten. Aber die Texte kommen nicht alle von mir. Na klar war mein Mainpark natürlich, weil vieles an Musik auch schon fertig war, als ich dazu kam. Gesangsmelodien entwickeln und Texte. Aber letztendlich haben wir das dann alles immer zusammengesessen. Haben die Melodien nochmal verändert oder wer anders hat eine Melodie. Manchmal war es dann auch einfach eine Symbiose aus zwei Melodien. Und genauso war das auch bei den Texten. Meistens waren die Impulse dann von mir. Manchmal hatte ich auch schon einen kompletten Text. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben bei manchen Texten aber auch nochmal ganz. Wir haben sogar bei einem komplett das Thema geändert. Da ist dann auch wieder Reform stehen geblieben. Aber wir haben einen ganz neuen Sinn reingeschrieben. Also das ist dann immer ein gemeinschaftlicher Schaffensprozess. Das muss für alle drei cool sein. Und zwar wirklich alles. Auch beim Arrangement bis zum Hyatt, das hinter dem Hyatt läuft. Der Schulz kennt es ja nicht. Aus der Vergangenheit betrachtet, hat sich da auch für uns nichts geändert. Das ist so, wie wir immer mit Vogue Wits gearbeitet haben. Mit Texten gearbeitet haben. Einer gibt eine Initialzündung, was oft der Sänger ist. Aber am Ende reden wir über jedes einzelne Wort, über jeden Buchstaben, der auf unserer Platte ist. Und alles gemeinsam. Oft gibt es auch dann gerade nur eine Strophe und wir entwickeln die nächste Strophe zusammen, den Refrain. Es dreht sich manchmal die Perspektive. Die Strophe wird aus der Ich-Position erzählt oder aus der Du-Quid-Position. Und da haben wir mit Umpf nun mal eine gewisse Sprache entwickelt, die wir alle intus haben. Wenn der Schulz dann vielleicht etwas mehr der Schulz reingebracht hat, dass aber vielleicht Kreb und ich anders fühlen, dann haben wir eben über solche Sachen auch sehr lange gesprochen. Und das ist das, was Umpf schon immer ausgezeichnet hat. Dass wir alles zu dritt machen und alle gleichwertig über die Produktion reden. Da hat der Schulz auch ganz genauso mit uns mitproduziert. Als aber auch über die Komposition. Gehört die Melodie da rein, lassen wir sie lieber weg, muss hier die Melodie sich ändern. Als eben auch über die Texte. Es ist immer schon eine Umpf-Gemeinschaftsproduktion gewesen auf all unseren Alben. Das wird ja bei draußen dann manchmal anders wahrgenommen. Der Sänger muss ja auch die Texte alle geschrieben haben. Und das denken ja manche bei Depeche Mode auch, dass da Dave Gahan alles reibt, Wasser sind, da ist es dann wer anders und so weiter. Und bei uns sind wir alle drei zusammen. Wir leben ja wirklich in einer extremen Zeit jetzt wieder. Ich glaube, vor zehn Jahren hat sich das keiner ausgemalt. Dann war die Flüchtlingskrise, dann war die Pandemie, jetzt der Ukraine-Krieg und das Ganze, was wie im Netz miteinander umgegangen wird. Aber die Diskussionskultur, es wird alles immer extremer. Andere Meinungen werden nicht mehr zugelassen. Die Leute sind sofort Feinde, wenn sie andere Meinungen sind. Man geht aufeinander los. Das ist schon einfach eine sehr im negativen Sinne beeindruckende Zeit, die einem auch echt ein bisschen Sorge bereitet, finde ich. Oder finden wir. Und da hat man natürlich fast gar keine andere Wahl, als solche Themen auch zu behandeln, die einen beschäftigen. Und die einem auch wichtig sind. Zum Beispiel dieser Hass in den sozialen Medien, wie Richter und Henker oder so. Und wie das geschürt wird auch noch von Populisten, die da versuchen, politischen oder monetären Nutzen rauszuziehen. Und denen scheißegal ist, was die Demokratie dabei für einen Schaden nimmt. Und natürlich ist nicht alles perfekt. Wie soll ein Staatssystem perfekter sein als die Menschen, die das betreiben? Menschen sind nun mal nicht perfekt. Und es gibt Korruption und sonst was. Aber unterm Strich ist mir noch keine bessere Staatsform als Demokratie untergekommen. Und da, ich glaube, viele haben vergessen, was bedeutet, wenn irgendwie Krieg zu erleben oder sonst irgendwas. Und wenn man diese Kommentare so gelesen hat, die sollen nach Hause gehen und da irgendwie kämpfen. In Syrien zum Beispiel. Wo die gesagt haben, gegen wen denn? Ich meine, für die Terroristen, für einen wahnsinnigen Diktator oder für die anderen Terroristen oder für was weiß ich. Da wurde einfach so geurteilt vom Sofa aus, so Sofa-Helden, die wahrscheinlich ein paar Kriegsfilme zu viel gesehen haben. Oder Rambo. Ich weiß es nicht. Ich glaube, viele haben echt vergessen, dass Frieden einfach das größte Gut ist, was wir haben. Neben unserer Gesundheit. Ist echt erschreckend. Und ich glaube gar nicht, dass wir fritisieren. Im Endeffekt glaube ich, ist es bei uns ja so, wir erzählen Geschichten, die hoffentlich zum Nachdenken anregen. Und probieren ja eher über diesen Hebel was zu ändern. Ich glaube, reine Kritik der Kritik wegen sozusagen oder einfach der Schlagworte wegen, das ist eigentlich nicht so unsere Welt. Ja, halt dieses Geschichten erzählen, um zum Nachdenken anzuregen. Wir leben oft das Böse eher vor, als dass wir sagen, so müsste es besser sein. Also wir wollen nicht so oberlehrerhaft daherkommen mit den erhobenen Zeigefingern, sondern wir bieten eher ein Schauspiel dar, um die Leute erstmal vielleicht abzustrecken und dann fangen sie aber an, drüber nachzudenken. Und wenn man einfach nur sagt, so sollte es sein, sagt jeder, ja, ja, denke ich auch, aber keiner denkt mehr drüber nach. Und deswegen glauben wir, dass wir dann oft in der Ich-Person etwas vielleicht vermeintlich Böses oder Schlimmes darstellen, was die Leute aber zum Nachdenken anregt. Den Leuten den Spiegel vorzuzeigen, im Endeffekt, das ist das Hauptthema, glaube ich, für uns. Ich denke, im Vergleich zu den anderen Alben ist das unser Album mit den aktuellsten Texten. Also mit so viel Zeitbezug aktuellem, wie wir es noch nie hatten. Aber ich denke, es ist auch eine Periode gewesen, in der wir Songs und Texte geschrieben haben, wo ganz, ganz viel um uns herum passiert ist. Also all die Themen, die der Schulz gerade schon aufgezählt hat, da konnten wir gar nicht wetschauen. Da ist man, ja, das klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, als Texter ja dann schon dankbar, dass man das alles aufgreifen kann. Also wir hatten keinen Mangel an Themen und alle Texte sind, soweit ich weiß, größtenteils während der Album-Produktion entstanden. Außer ein kleines bisschen Glück, das basiert ja auch so im Gedicht, was du schon länger mal in der Schublade hattest und so gut zu dieser instrumentalen Welt von den Songs passt. Das ist ja auch in dieser ersten Teststunde, war ja dieses Playback schon da und ich hatte sofort dieses Gedicht im Kopf, weil ich irgendeinen Arbeitstext zu meiner Melodie brauchte. Und dann habe ich das schon irgendwie so rezitiert, soweit ich das noch im Kopf hatte. Und das ist dann auch geblieben. Also die Strophen basieren auf dem alten Gedicht von mir und die Refrain, der ist neu geschrieben. Wir werden was anhaben, wir gehen nicht nackt auf die Biene. Ja, es tut mir leid, aber aus Sicherheitsgründen haben wir was an. Ansonsten bei Umf steht ja jetzt nie, sage ich mal, leider nicht. Da würden einige sagen, aber bei uns stand jetzt nie eine Feuershow, Explosion oder irgendwas im Vordergrund. Bei uns sind es immer die Akteure, wir mit unserer Liveband. Wir werden ja noch unterstützt durch großartige Musiker, noch einen Schlagzeuger, einen guten Keyboarder und Hagen, unserem langjährigen Bassisten. Und da geht es eher um die Dynamik, um den Spaß an den Songs, den wir dann gemeinsam mit unseren Fans haben. Und wir wollen die Power als Personen von der Bühne bringen und nicht durch Exklusionen links und rechts von uns. Wobei das natürlich auch eine Faszination hat, kann man gar nicht verleugnen. Aber bei uns beschränkt sich das im positiven Sinne auf uns als Personen. Da wird auch einfach einen riesen Knoten platzen. Die beiden haben jetzt auch seit drei Jahren, über drei Jahren auf der Bühne gestanden. Die Fans, die wir so auch nie hatten, normalerweise war zwischen den Konzerten meist nie mehr als zwei Monate. Jetzt sind es halt knapp vier Jahre mittlerweile. Das stimmt ja, Mensch. Das war im März 20. Und das ist echt eine verdammt lange Zeit. Also es ist für uns auf jeden Fall mega aufregend, was da passiert. Also in vielen Fällen. Also aufregend deshalb, weil man so lange nicht auf der Bühne gestanden hat. Aufregend deshalb, weil man mit einem neuen Sänger auf der Bühne steht. Aufregend deshalb, weil ein neues Album dahinter steht, wo wir auch sehr, sehr viel von spielen. Acht Stücke ist für uns auch einigermaßen unnormal. Normalerweise haben wir von den neuen Alben so vier bis fünf Stücke gespielt, weil wir natürlich ein recht großes Repertoire nach nun 34 Jahren haben, wo wir natürlich die Hits spielen möchten, aber natürlich auch das neue Album spielen wollen. Was wir diesmal halt ein bisschen anders gemacht haben, um halt der Schulz halt das die möglichst beste Bühne zu bieten, halt auch mit eigenen Stücken halt zu zeigen, was er kann. Auch wenn er die alten Stücke auch sehr, sehr gut performen kann und rüberbringt. Und trotzdem wollten wir eben die Möglichkeit halt schaffen, da möglichst viele neue Stücke reinzubringen. Insofern große Aufregung, auf jeden Fall. Große Aufregung bei uns. Aber ich glaube, wir werden einfach tierische Energie freisetzen. Ich kann es auch kaum erwarten, dass es losgeht. Ja. Und es werden ja trotzdem auch, lass kurz rechnen, ich glaube 14 alte Stücke dabei sein. Ja. Natürlich die Hits und dann aber auch so aus jeder Epoche. Auch vom ersten Album. Ja, zwei Songs vom ersten Album. Ich komme nicht tierisch drauf. Wir versuchen so gut wie aus jeder Zeit auf jedem Album was zu haben, aber es wird schwierig bei 14 Alben. Und wenn man acht Songs spielen möchte, die man eben von Daniel kennt, das ist eben das Wichtige, dass er auch die Möglichkeit hat, viele Songs zu singen, die man nur mit seiner Stimme kennt. Ich freue mich drauf. Ich glaube, das ist wie Radfahren, das verlernt man nicht. Wie geht es raus? Naja, es war halt für uns schon ganz schön. Und los geht's. Es war schon ganz schön beim Videodreh, wie man gemerkt hat, dass man nur für diese Videodreh-Performance auf einmal schon irgendwie abgegangen ist. Und man gemerkt hat, okay, genau das hat die jetzt eigentlich seit Jahren gefehlt. Und das wird mit Sicherheit eine geile Zeit werden. Also wir verstehen uns super. Wir haben uns auch 2016 auf der Tour schon sehr, sehr gut verstanden. Und wir werden ja mit Sicherheit Spaß haben. Wir werden unsere alte Crew wiedersehen. Da hat sich auch nichts getan, eigentlich so gut wie. Und das wird auch ein großes Wiedersehen werden mit den alten Jungs. Und mit unseren Fans. Und mit unseren Fans natürlich. Die müssen auch nicht nackt kommen, ne? Dann gehen wir nicht nackt. Die können, wenn sie wollen, können sie nackt kommen. Es ist November. Da draußen ist es kalt. Aber da sind dafür nicht die Socken in der Holzbund. Dafür sind die Socken. Da können wir auch so ein paar Heizpilze ausdenken. Wir können sie natürlich auch vorher Sachen bei EMP kaufen, zum Beispiel. Ja, wir haben ja schöne Sachen hier. Wir gehen gleich nochmal shoppen. Ich glaube, das Geheimnis, wenn man das so nennen darf, ist, dass wir schon von Anfang an nur Musik gemacht haben, die wir selber lieben und darauf geschissen haben, was gerade in den Charts ist oder was andere Bands machen. Für uns war immer nur wichtig, was mögen wir selber, weil wir werden diese Saison tausend Jahre lang, tausend Tage lang spielen und hören. Also muss auch uns gefallen. Sowohl im Studio als auch dann hinterher möglichst live auf der Bühne auch Spaß machen. Da haben wir von Anfang an eigentlich nur überlegt, was würden wir gerne von anderen Bands für Musik hören. Das haben wir versucht zu kombinieren. Also wir sind ja aufgewachsen mit elektronischen Bands wie Kraftwerk, deutsch-amerikanische Freundschaft, aber auch mit Rocksachen, die alle einen gewissen Groove hatten und einen Riff hatten. Das waren jetzt so AC-DC oder Motorhead. Und diese Sachen haben wir versucht, am Anfang von UMF zu verbinden. Später sind dann wieder andere Einflüsse dazu gekommen. Sepultura, Pantera und dann haben wir uns wieder mehr zurückgesonnen auf unsere elektronischen Routes, die wir auch mit Depeche Mode oder Secure haben und haben das wieder mehr einfließen lassen. Und dadurch ist dann was entstanden, zusammen mit den deutschen Texten, was dann irgendwann ein Journalist mal betitelt hat, weil auch andere Bands das dann auch gemacht haben, sage ich jetzt mal so, als neue deutsche Härte, weil es ist hart und deshalb deutsche Texte. Und wir wären dann oder sind einer der Wegbereiter dieser neuen deutschen Härte. Das haben wir gelesen und dachten uns, okay, wir machen also neue deutsche Härte. Das war ja nicht so, dass wir 1991 im Studio gesessen haben und gesagt haben, wir kreieren mal die neue deutsche Härte. Das hat sich einfach so entwickelt, ist entstanden. Und wir machen nach wie vor die Musik, die wir lieben, seit 30, 34 Jahren. Ich glaube, das ist auch der Schlüssel unseres Erfolges. Wenn man das über lange Zeit macht, züchtet man sich Fans heran, die denselben Musikgeschmack haben wie wir selber. Und wenn man das dann fortführt, werden die uns auch weiterhin folgen, weil die auch das mögen, was wir mögen. Dann kommt noch dazu, menschlich, wie es in jeder Beziehung ist, ist es halt für uns extremst wichtig, viel zu sprechen, viel zu diskutieren. Möglichst transparent uns gegenüber, gegenseitig zu sein. Um da halt nicht irgendwie das Gefühl zu haben, dass da Vertrauen, also auch Vertrauen ist halt ein Riesenthema bei uns. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich sehr viel diskutieren, auch hart miteinander diskutieren, auch laut, wenn es sein muss. Aber wir sprechen halt miteinander und da wird halt jetzt nichts so in sich reingefressen oder halt irgendwie hintenrum probiert zu machen oder so. Also diese Transparenz und dieses Diskutieren ist, glaube ich, auch so ein Schlüssel dafür, dass wir einfach so lange schon zusammenarbeiten können. Was kann man 2024 erwarten? Wir wollen da viele Sommerfestivals spielen. Vielleicht wird es auch noch mal eine zweite Rutsche von einer eigenen Tour geben. Aber das erste Ziel ist jetzt erstmal die Tour im November und dann kommt der nächste Sommer. Und dann irgendwann wird man wieder anfangen, nächstes Album zu machen. Also wir schreiben Songs. Ich glaube, jeder von uns, du ja auch, seitdem wir hier ganz kleine Kids sind. Und das steckt dann in einem und das wird man machen, ob man eine Band hat oder nicht. Und wir haben das große Glück, dass wir unser Hobby zum Beruf machen konnten, schon recht früh und dort unserer Kreativität freien Lauf lassen, geben können, dürfen. Und so wird es weitergehen. Also ich persönlich, wahrscheinlich jeder von uns hat jetzt schon wieder Ideen für Songs oder Gedanken. Sei es, wenn man irgendwie gerade beim Sport machen ist oder sowas. Ah ja, das muss ich mir merken. Das wäre vielleicht mal ein gutes Thema für die nächste Saison. Das stoppt eigentlich nie und deswegen wird, glaube ich, auch uns nicht stoppen. Da wird dann nach 2024 der Festivalsaison werden wir uns wahrscheinlich treffen und sagen, wann gehen wir wieder ins Studio, wann schreiben wir wieder Songs und wann treffen wir uns und produzieren das nächste Album. Ein großes Ziel von uns wird natürlich auch sein, die Band in der neuen Konstellation zu etablieren. Das ist natürlich eine große Aufgabe, die wir haben gerade. Das ist natürlich erstmal die Hauptaufgabe. Und natürlich für uns alle und das, glaube ich, war auch schon immer so, dass wir versuchen, natürlich möglichst lange Musiker sein zu können, sein zu dürfen und möglichst lange damit halt unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Also waren nicht so groß gesteckte Ziele eigentlich. Nee, guck mal die Stones, bring auch gleich ein neues Album raus. Ich bin so 80 plus. Und viele sagen, warum machen die das? Warum, wenn die nicht aufgehen, nur die Rente? Ja, warum? Weil es Spaß macht. Man hört doch nicht auf mit dem, was Spaß macht. Das ist doch Wahnsinn. Also ich habe dieses Leben auch nichts anderes mehr vor. Oh. Aktuell? Ach so, abgesehen von... Naja, das wäre zu leid. Oh Gott. Da kann ich nicht so viel zu sagen. Ja, da kannst du wenig zu sagen. Außerdem ist das teilweise schon so lange her. Ich wollte gerade einen Song erzählen vom ersten Album und habe mich dann aber selber gefragt, wo, da haben wir den doch live gespielt. Das ist halt so schwierig, weil man ja immer vom ersten Album viel mehr spielt, wenn es gerade frisch ist. Und dann kippen da immer wieder Songs hinten runter mit dem nächsten Album, wo man wieder andere neue Songs spielt. Das Problem ist, ich wüsste gar nicht mehr, welche wir nicht live gespielt haben. Das meine ich vorher. Also ich wollte gerade Anniversary sagen. Anniversary. Aber den haben wir, glaube ich, auch dann irgendwann mal live gespielt. Keine Ahnung. Das können wir nicht beantworten. Welchen guten von der Ritual hat der denn nicht gespielt? Das wisst ihr bestimmt. Von der Ritual? Mal überlegen, wie ist das? Ganz einfach, wir spielen alle Songs live, die wir live spielen wollen. Und die anderen Songs wollen wir gar nicht live. Weil die sind scheiße. Gibt es ja nicht. Wir lieben ja alle Songs, die wir gemacht haben. Ja, manchmal ist es schwierig, das technisch umzusetzen, dann, wenn wir im Studio limitieren wir uns nicht, was die Anzahl der Spuren angeht. Und live sind wir dann sechs Leute. Haben wir die Frage beantwortet? Nein, ich glaube, genau. Mann, ich halte doch. Wenn ich grüß, Beine, Patten sind. Oh, da fange ich an, bitte. Das war meiner Meinung nach, zumindest. Das war meiner Meinung nach, als wir Support für Metallica gemacht hatten in Wien. Das war meiner Meinung nach eine der beeindruckendsten Locations, die wir so hatten. Von der Masse der Menschen, die natürlich vor dir stehen. Und auch natürlich für den Moment vor Metallica spielen zu dürfen. Für mich, die beeindruckendste Location war nicht in dem Moment, wo wir da gespielt haben, die Location an sich, sondern das, was ich über die Location vor ungefähr drei, vier Monaten gesehen habe. Und zwar haben wir in Kerson gespielt, in einem Art Amphitheater in der Ukraine und direkt am Fluss, am Knirpach. Dann wurde ja der Damm gesprengt und es gab überall Überschwemmungen dort. Und man hat uns ein Video geschickt, wie der Bereich, wo wir auf der Bühne standen, komplett überschwemmt war. Und das war dann ein bisschen beängstigend und sich das dann vorzustellen, was da gerade abgibt. Ich habe ein paar, aber wo schon ein Song, wem die Stunde schlägt, heißt Hemingway, mag ich mit Pixel. Für mich ist es, ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht, wie er ganz genau ausgesprochen hat, aber es ist Ephraim Quichon, mein absoluter Lieblingsschriftsteller. Die Sachen lese ich mittlerweile zum 40. Mal durch oder so. Großartig. Ich sage mal, fix und foxy. Ich sage mal, dürrenmatt. Ach so, ein Song, wo man sich eigentlich, und man hört ihn trotzdem, wo man sich für schämt und den man hört, ja. Aber das ist ja für Fame. Ich schämte mich gerade. Ich habe auch gar nichts, was ich höre. Ich auch nicht, das ist ja das Problem. Ich bin schamlos. Also, ich habe in meiner Spotify-Lieblingslieder-Playlist eine ganze Menge drin, die vielleicht Leute nicht erwarten. Ich glaube, die kann man sogar sehen. Flux himself, Spotify-Playlist. Ich glaube, sowas ist öffentlich. Da sind vielleicht einige überrascht, was da drin ist, aber ich schäme mich da für keinen Song. Es sind teilweise auch Erinnerungen aus der Jugend, die man dann mal geil fand und die dann random in der Playlist aufpoppen und man sich denkt, oh ja, das war geil. Zum Beispiel Rod Stewart, den ich zufällig in Kroatien im Urlaub dann mal getroffen habe. Da lief er mir über den Weg und hat das ganze Restaurant gebucht, in dem ich gerade gehen wollte. Und sie sagt, nee, es ist heute gebucht. Eine Person hat für seine Freunde dieses Restaurant komplett gebucht, die Terrasse und so weiter. Und dann kam Rod Stewart mit seinem Gefolge. Ich war ihm aber nicht böse, weil ich ihn dann mal gesehen habe. Kann ich wieder anfangen. Kann mich sogar noch sehr, sehr gut reinhören. Ich weiß das Jahr leider nicht mehr. Ich spielte noch diese weiße Gitarre. Das muss irgendwann so 92, 93 gewesen sein. Wir waren in Bonn in der Biskuit-Halle. Ibanez. In Ibanez damals noch, genau. Bonn-Biskuit-Halle, das weiß ich noch. Und ich hatte ein Kabel an der Gitarre damals auch noch. Mittlerweile spiele ich mit Sender. Und der hat mich irgendwie in dem Kabel verheddert und wollte aber ganz cool auf das Podest vom Drummer springen. Und habe aber dann den Fuß nicht hochbekommen, weil das natürlich im Kabel war. Und habe mich dann so richtig schön zwischen Bassdrum, Toms und Hyatt vor den Schlagzeuger gelegt. Fast noch den Schnegel der Bassdrum abbekommen. Und aus der Nummer cool wieder rausgekommen. War eigentlich so gut wie unmöglich. Ich habe heute noch eine total tiefe Stelle hier, wo ich auf diesen Reiter drauf geballert bin. Weil das scheinbar irgendwie so die ersten Teile meiner Muskulatur dadurch getrennt hat. Aber kein Fleisch. Also es gab kein Blut, aber es war halt ein riesenglauer Fleck. Und das war schon sehr, sehr ganz peinlich. Auf jeden Fall, wenn man so richtig cool sein wollte. Ich erinnere mich. Ja? Es sah gut aus. Ja, es war wahrscheinlich ja lustig. Ich hatte zwei Momente. Ich bin mal irgendwie beim Clubkick rückwärts gegangen und dann waren so Blind da. Die standen am Schlagzeugbetest angelehnt. Die waren so angeschrägt. Dann bin ich drauf getreten. Bin dann praktisch rückwärts rüber gestolpert und bin so richtig schön ins Schlagzeug reingefallen. Während des Kicks. War auch erst mal kurz los mit dem Song und so. Und im Braunschweig mal, da bin ich mal von der Bühne gefallen tatsächlich. Da war vorne so ein Catwalk von der Hauptband, damals Mono Inc. Den durften wir nicht betreten. Ich war aber genau an dem Rand dazu. Und da war Meyers Music Hall, war irgendwie nochmal so ein Vorbau. Also man hatte so zwei Ecken, wo man aufpassen musste. Und ich wollte zurück. Und ich war die ganze Zeit vorne auf diese Vorbühne praktisch. Dann wollte ich zurückgehen zum Gitaristen im Instrumentalpassage und denke noch so, du musst aufpassen, hier ist ja, ach, hier ist ja die eine Ecke. Und die zweite hätte ich nicht mehr dran gedacht. Die Blinder waren gerade an. Auf der Bühne, ich habe nichts gesehen. Und dreht so ins Leere. Und denke so, ach du Scheiße. Da habe ich die Beine nur zusammengenommen. Bin so ins Dunkel gefallen. Hab dann irgendwas Hartes erwischt irgendwie, so mit dem Arm. Dann hatte ich so, dass ich fast auf eine Rollstuhlfahrerin draufgeknallt bin. Irgendwie. Aber zum Glück nur ihren Rollstuhl erwischt habe. Und ich so, ey, geht's dir gut? Irgendwie so. Und sie hatte, was? Sie hatte mein Mikrofon in der Hand. Und meinte, du musst weiter singen. Und ich war, ja, aber geht's dir gut? Ja, aber du musst weiter singen. Irgendwie. Und dann habe ich halt weiter gesungen. Und hinterher habe ich sie dann noch mal gesehen, bin ich noch mal hingegangen, ob alles okay ist und so. Und dann hat sie gesagt, du kannst mir jederzeit wieder in den Schoß fallen. Also ich höre schon zweimal Unfälle mit Blindern. Also auf der Tour haben wir dann keine Blinder, nur um auf Nummer sicher zu sein. Ich leih mir die Sonnenbrille von Heino. Ja. Ich habe auch zwei Momente, die mir spontan einfallen. Einmal in Graz, Österreich. Wir hatten damals 2006 so lange Priestermäntel. Ich gehe rückwärts, aber der Mantel ist so lang, dass ich mir selber in den Saum getreten bin. Und dann wie ein Marienkäfer auf dem Rücken lag plötzlich. Da gibt es doch keine Hilfe mehr. Nee, das ging auch so schnell, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Und das andere Mal war Girona Sala de Selle. Sala de Selle. 1993. Ich hüpfend auf der Bühne im Fakt. Und auf einmal brach das Bühnenelement in zwei. Also ich wog damals auch nicht mehr Kilogramm als heute, aber vielleicht, keine Ahnung. Es ging kaputt und ich war dann bis hierhin, steckte ich in der Bühne drin. Man sah mich nur noch ab hier rausgucken, ja. Und so noch so ein bisschen versucht, weiter Gitarre oder so. Wie kommt die Nieder raus? Sag mal, bis hier wäre ja, also schön, dass du es sagst, weil ich hätte dich sonst an La Sala de Selle erinnert. Aber du warst halt bis hierhin weg. Bis hierhin. Und hast halt noch Gitarre gespielt. Und du sahst halt aus wie so ein Mini-Mensch auf einmal. Wie Albano. Mini-Mini. Mini-Mini. Das war geil. Vor allem, ich habe das erst gar nicht mitbekommen, weil ich dann nur rüber geguckt hatte und erst mal nur gedacht habe, irgendwas ist anders. Ich habe mich halt schwer ins Riff gelegt. Ja, das war wirklich geil. Das war ein schweres Riff. Ja, ja. Ja, Leute. Im November sind wir auf Tour. Da sehen wir uns hoffentlich, oder? Wir freuen uns drauf. Tierisch. Selbstredend. Vielen Dank an EMP. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Unterstützung. Bis bald. Gerne wieder. Wir hatten einen schönen Tag hier. Ja, erstmal. Da. Na. Da. 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 Da.